Befinden wir uns hier in unserem Empfangsversuch. Ich bin Max Werner und war mit Marc zusammen hier durch Programmführung des Verständnisses auf 6070 kHz. Falls ihr uns hören, dann schreibt das bei einem E-Mail an srm.wohlsung.at-me-mail.com So, da bin ich wieder. Ich schaffe ihn an. Die nun folgende Sendestunde wurde im Goldrausch 6070-Studio im Verzapport von Konzert. Die nun folgende Sendestunde wurde im Goldrausch 6070 Studio im Verzapport von Konzert. Ausgestrahlt wird die Sendung über den kurzen Sender von Channel Tunnel2 in Nordstadt in Süddeutschland im 49-Meter-Europawand auf 6070 kHz. Empfangsberichte, Fragen und andere Anregungen schickt bitte direkt an die folgende E-Mail-Adresse Goldrausch 6070 at yahoo.de Und jetzt wünsche ich einen guten Empfang und viel Spaß mit einer Stunde ODs aus den 60ern, 70ern und den 80ern Jahren. Die Radiofreunde, wir sind jetzt hier im Erzgebirge im schönen Wolkenstein-Zughotel und wir hören jetzt wie Freitag immer das Radio ohne Namen mit wunderschöner 30er Jahre Musik. Ich denke immer deutlich zu hören. Schade, dass da kein... 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 Sehr verehrte Hörer am Rundfunkapparat. Das Radio ohne Namen ist jetzt auf Sendung. Hören Sie jetzt aus der beliebten Rundfunkreihe. Jetzt geht's los. Mit Schlagern und Tanzmusik aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Übertragung erfolgt durch den Sender Radio Channel 292, empfangbar auf der Kurzwelle in 49 Meter Europaband, 6070 Kilohertz. Mehr Informationen im Datenfernübertragungsnetz unter folgender Adresse www.channel292.de. Radio ohne Namen geht jetzt auf Sendung. Jetzt geht's los. Es geht in den Abend. Hier ist Ihr Lieblingsradio. Und natürlich auch der guten alten Kurzwelle. Hier ist Europa 24. Leider müssen wir gleich abschalten. Ja, es ist einfach viel zu eng hier im 49 Meter Band. Da kommen von links und von rechts andere Sender. Und da haben wir keine Schnitte. Also, in Wingen wird abgeschaltet. Und morgen früh geht es gegen 8 Uhr weiter. Bis morgen, einen schönen Abend noch. Ciao. Hier ist Europa 24. Europa 24 ist ein Angebot für deutschsprachige Urlauber im Ausland. Sie hören Europa 24 täglich in der Zeit von 8 bis 20 Uhr auf Kurzwelle im 49 Meter Band. Das Angebot besteht aus Nachrichten und Unterhaltung. Hier ist Europa 24. Das ist Europa 24. Das ist Europa 24. auf 6,150 kilozykles. Wir starten wieder morgen morgen. At 8 o'clock European time. Goodbye. Das ist der Ende der heutigen Abenteuerung. Hier ist Europa 24. Auf 6,150 kilozykles. Wir starten wieder morgen. At 8 o'clock European time. Auf 6,150 kilozykles. Auf 6,150 kilozykles. Vielen Dank.